Dann äfftest du was, dann geh mal zurück, dann geh mal zurück und dann geh mal zurück. Bewegung, Bewegung. Ja. Und du auch. Ich glaub ich muss grad mein Mund das ist richtig mit dir. Ich hab' heute Abend. Oh ja, oh ja. Ja, schön. Auf Feuer. Ja, weißt du, wo das ziehen hat? Ja, ich hab' schon heute dreimal. Das ist einer von diesen Tempelkommens in Ruilen. Oh, das ist gut. Dann ist die Tempelkommens in Ruilen gezogen. Da weißt du wohl, aber... Hä? Hä? Ich hab' schon mal gedacht. Nee, nicht. Ja. Ich hab' schon mal geblieben. Ja. Ja, ich hab' schon mal geblieben. Ich hab' den Heide und irgendwie, wie genauso auszusehen oder Apel. Die eigentlich, so Heidienspräde ist sehr schön. Das ist ein ordentliches Darm. Und? Was haben die? Ja, ja! Was haben die? Ja, die beiden kennen die. Die spielen die. Boah!